WDR 5 Der ARD-Radio-Tatort Nächster Punkt 200-jähriges Jubiläum der königlich privilegierten Schützengilde Für uns dabei relevant Samstag Einmarsch der Schützen, Musikkapellen und Vereine So wie Sonntag Standkonzert auf dem Stadtplatz Nachdem die Center noch bis Mitte nächster Woche ausfällt Heißt es bei unserer momentanen Personalsituation Dass ich eine Krankmeldung für die Tage bloß dann akzeptiere Wenn mir derjenige seinen Totschein persönlich vorlegt Richtig Was ist, Ferdl? Moment, Kollegen, ich sehe gerade, dass ein Funkreiher kommt Also vorgehen wie üblich Presseerklärung über Verkehrsbehinderungen und Umleitungen geht heute noch raus Die Sperrgitter werden vor Ort deponiert Aufstellung der entsprechenden Parkverbotsschilder etc. Spätestens am Donnerstag Am Samstag ab 9 bleibt je eine Streifenbesatzung Eine Ableitung in Kirchplatz und Südtor Und koordiniert etwaige Abschleppaktionen Entschuldige, Oswald Kollegen, ein Einsatz Ein schwerer Arbeitsunfall in Weilham draußen Am Lohnerhof Ihr wisst ja, wo das ist, Rudi, oder? Ja Rettung ist unterwegs? Fürchte, ist nicht mehr nötig Jetzt fahrts Allmächt Tja Grüß Sie Hohentanner Hausarzt Ist gut Was ist passiert? Kann ich Ihnen nichts sagen Ich habe die Frau in dieser Lage vorgefunden Der Tod muss vor Nicht mehr als einer halben Stunde eingetreten sein An was ist die Frau gestorben? Bin ich erst einmal ratlos Herzinfarkt ist möglich Wäre aber bei einer Frau von Mitte 30 Doch ziemlich ungewöhnlich Eine relevante Vorerkrankung schließe ich aus Ich habe die Frau noch vor kurzem Wegen einer harmlosen Geschichte In Behandlung gehabt Sagst du der Kripper Bescheid? Ja, freilich Naja Die Jammert hat es schon hin und da Das ist übrigens die Frau Lohner Die Altbäuerin hier Die Tote ist ihre Schwiegertochter Ist gut Wir bräuchten dann den Namen Lohner Schenja Schenja Wie man es spricht Mit J Ist kein Hesige nicht gewesen Sind unterwegs Viertelstunde Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen könnten Ich muss noch einen Blick auf den Herrn Lohner werfen Den Ehemann der Verstorbenen Der ist bettlägerig Unser Beileid nochmal, gell? Danke euch Könnten Sie uns dabei schon mal was zu dem Hergang von dem Unfall sagen? Die Stahlarbeit ist Sache von der Schenja gewesen Hat sich da nichts mehr dreirehen lassen Und aufdringen muss ich mich nicht Aber Sie haben es gefunden Wenn die Kühe gemolken werden Ist normalerweise eine Ruhe im Stall Aber dann habe ich gehört, dass die Kühe zum Schrein abgefangen haben Aber man denkt, dass sich die Schenja wieder ungeschickt angestellt hat Und ich wollte nach dem Rechten schauen Gut Frau Lohner, ich muss jetzt bitten, dass wir aus dem Stall rausgehen Kommen Sie Was ist denn passiert, Mama? Der Doktor hat nichts mehr tun können Siehs Das Herz Geht's auf Seiten? Da darf jetzt keiner rein Wir müssen auf die Spurensicherung warten Dürft ihr mich mal fragen, was sich da herführt? Das ist mein Bub Mein Zweiter Der Bernie Tut's nicht so, ihr kennt's mich da Und der Gottfried? Wer hat das denn genommen? Kannst du ja denken Das war der Russ Der wer? Der Russ Der hätte mich schon neulich halb da schlagen Naja, angefangen haben ja wohl Sie Was soll der damit da gehabt haben? Weil die zwei was miteinander gehabt haben Aber so hat mir ja keiner glauben wollen Mama Sag mir nicht, Beth Ich muss kurz weiter geschäftlich Ich komme nachher und stehe dir unter dem Gottfried bei, gell? Ist recht So kommen Sie Genauso Der Sau und der Ist denn um die Tatzeit jemand auf dem Hof gewesen, der nicht hergehört? Hab Arbeit in der Küche gehabt Da schau ich nicht raus im Fenster Ah, Teddy Zeit ist worden Sag einmal, zu was soll man eigentlich in die Genossenschaft ein? Kann ich Hexenlohnerin Rudi Ist's wahr? Sag nein Wie hat denn das passieren können? Es schaut nach einem Herzinfarkt aus Der Leerbefrau Habt's noch nicht gemolken, Lohnerin? Dürfen wir ja nicht rein, sagt er Rudi Die Kühe Die müssen gemolken werden Du hörst es doch Das geht noch nicht Wir müssen auf die Kripo warten Auf die Kripo? Also Kollegen Der Stand ist Tja Wie ist er? Mehr wie ein paar Anzeichen, dass die Frauen am Stromschlag gestorben sein können, haben wir erst einmal nicht Oder was meint die Spurensicherung? Sagen wir mal so Die Auffindesituation spricht dafür Die Frau ist vor dem Sicherungskasten gelegen, der die Melkmaschine absichert Die Abdeckung von der Fehlstromsicherung war entfernt Die Kabel sind teilweise freigelang Da wenn du dran kommst, gut macht Auf seiner Leitung sind 400 Volt Kraftstrom Möchte euch zwar nicht vorgreifen, aber es schaut ganz danach aus, als hätte die Frau versucht, die Sicherung zu überbrücken Zu was das? Können wir noch nicht sagen Aber hantieren an der Elektrik, um vergessen, die Sicherung rauszuschrauben, ist natürlich ein Klassiker Genauso beliebt Derjenige dreht die Sicherung zwar raus, aber ein freundlicher Zeitgenosse, der nicht weiß, dass in einem anderen Raum am Strom gebastelt wird, dreht sie wieder rein und Wusch! Damit wären wir bei der ersten Variante beim Betriebsunfall aufgrund unsachgemäß ausgeführter Reparaturarbeiten und bei der zweiten bei sowas wie fahrlässigen Tötungen, oder? Korrekt Für Variante 2 braucht es aber den entsprechenden Tatbeteiligten Wer durch seine eigene Fahrlässigkeit wen auf ein Gewissen hat, reagiert doch erfahrungsgemäß anders Erst steht er unter Schock, dann setzt er Himmel und Hölle in Bewegung, um zu retten, was noch zu retten ist Vor allem räumt er sofort ein, dass er was verkehrt gemacht hat Wenn keine Absicht dahinter war, richtig Sagt zu meinen Kollegen, das Rumpeln da hört sie es nicht, hört sie an wie ein Karm, der gewaltig auf dem Holzweg ist Ich höre bloß einen Kollegen, der wieder mal ziemlich karierter herrät Nicht karierter wird die Idee, hinter einem leider fast alltäglichen Unfall gleich einen Mord zu sehen Darauf läufst du doch raus, oder nicht? Mord per Stromfalle Ich bitte euch Ihr seid die Ermittler Von Seiten der Spurensicherung kann ich bloß sagen Nach dem, was wir bisher an Spuren haben, sind theoretisch weder Unfall, noch Fahrlässigkeit, noch Mord auszuschließen Bisher Ist eigentlich nur ein anderer Ablauf denkbar? Durchaus Theoretisch könnte ein Mr. X die Kabelbelegung so manipuliert haben, dass die Frau einen Schlag kriegt, sobald sie irgendein Metallteil anlangt Das allerdings müsst ihr danach sofort wieder rückgängig machen, damit es nicht aufkommt Wofür es aber keinen Beweis gibt, oder? Darum hab ich ja auch gesagt, theoretisch Gut, zum Sägen war, dass vor einiger Zeit an der Verkabelung gabert worden ist Aber das sagt wenig bis gar nichts Eben Dazu kommt, dass weder von den Leuten auf dem Lohnerhof noch in der Nachbarschaft jemand gesehen worden ist, der nicht auf den Hof gehört Bleiben also bloß noch übrig die alte Lohnerin selber Die auf die 80 zugeht und sich beschwert, dass sie im Stall nicht mehr gern gesehen ist Und der Mann unserer Toten, der Gottfried Lohner Aber wenn der uns bloß vorgeagkelt hat, dass er schwer krank ist Dann suche ich mir auf der Steuer einen anderen Beruf Du mir beten, Gottfried Gegrüßet seist du, Maria, vor den Gnaden Du bist gebenedeit unter den Weibern Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes Die Obduktion bestätigt Tod durch elektrischen Strom Woraus sich jetzt die Frage ergibt Unfall, fahrlässige Tötung Oder Mord Also Wie packen wir es an? Gibt es denn überhaupt Hinweise auf einen weiteren Tatbeteiligten? Die Schuheabdrücke am Tatort waren dem Opfer, dem Hausarzt und der alten Bayerin zuzuordnen Fingerabdrücke sind Fehlanzeige Fräule, die können abgewischt worden sein Aber heutzutage hat man einfach auch im Stall Arbeitshandschuhe an Was spricht jetzt dagegen? Die Frau hat einfach nicht aufgepasst War mit dem Kopf gerade wer weiß wo Und hat vergessen, den Hauptstrom abzuschalten Vielleicht, weil ich mir schlecht vorstellen kann, dass ein erwachsener Mensch Der auch bloß ein bisschen ein Hirn in seinem Schädel hat Bei sowas so derartig nachlässig sein kann Wie gefährlich Kraftstrom ist, das weiß doch jetzt Kind Na gut, die Frau soll von Russland gewesen sein Seid's mir nicht böse Wenn der Russ in den Weltraum flieren kann, wird er wohl gerade noch wissen, was ein elektrischer Strom ist Die Frau soll außerdem drüben Landwirtschaft studiert haben Gehen wir also davon aus, dass sie bis drei hat zählen können Was ich mich eher frage ist Was sie überhaupt an der Sicherung verloren gehabt hat Nein, sowas tust du normalerweise dann, wenn irgendein Kontakt gestört ist Soweit ich es gesehen habe, ist die Installation nicht mehr die modernste Gut möglich, dass da irgendeine Unterputzleitung korrodiert ist Und in Kontakt mit einem Metall teilgekommen ist Aber das müssen wir noch verifizieren Und das braucht ein bisschen Weil wir da dafür extra die Wand aufmeißeln müssen Und wenn das negativ ist Dann wissen wir wenigstens das Kollegen Ihr kennt euch doch da draußen aus Stichwort Stromfalle Wäre da überhaupt so ein Motiv denkbar? Du wohnst doch in der Nähe Viertel Ja Also einen Bauern, den Lohner Gottfried, den kennst du als Täter gleich einmal streichern Der hat es ja scheinbar nicht bloß geliebt, der hat es echt meinen Und sonst? Keine Konflikte auf dem Hof? Mei Weil der Gottfried vor ein paar Jahren ausgerechnet mit der Ausländerin als Hochzeiterin, der hergekommen ist Soll es ein paar Reibereien gegeben haben Muss sie aber dann gelegt haben Also eher kein Motiv in der Familie? Höchstens Dass wir da vor ein paar Tagen einen Einsatz gehabt haben Rudi Magnus Ihr wart das, erzählts Im Wärtsgarten vom Bruggburg hat es eine Schlägerei gegeben Und zwar ist der Bruder vom Lohnerbauern auf einem Fremden losgegangen Jetzt mache ich die katholisch Soll er laut Zeugen geschrien haben Was sagt er? Ist eine Drohung in Bayern Eine ziemlich ernste Der Mann hat sich allerdings gewehrt Und hat er mit einem Kinnhaken außer Gefecht gesetzt Und jetzt? Die Verbindung? Dass der Bruder rumbleibt haben sollt Der Fremde hätte was mit seiner Schwägerin So Kollegen Keine Kritik jetzt, aber wieso kommt es ja damit erst jetzt daher? Weil der Lohner Berndi bei uns in Brugg dafür bekannt ist, dass er voll rät, wenn er da gelang ist Außerdem hat der Fremde das abgestritten Er wäre bloß ein Verwandter von ihr daheim aus der Ukraine Wir haben dann die Sache auf sich beruhen lassen Der Bernhard Lohner hat ein Strafbefehl gekriegt Den Russen haben wir laufen lassen Hat definitiv nicht angefangen Ist der Mann noch greifbar? Ist unseres Wissens noch am gleichen Tag abgereist Aber den Namen haben wir Ogu Cengo Oleg Okay Oleg Notiert Kollegen Schlag vor, wir nützen die Zeit, bis wir alle Ergebnisse haben Und schauen mal im Inpol oder über das BKA nach Ob es zu den Burschen eventuell einen Eintrag gibt Und danach würde ich sagen, hören wir uns den Schwager an Alle d'accord? Pferdl, was hält man von der Geschichte? Du kennst die Leute draußen von der Stadt auch ein bisschen, oder? Mit dem Bauern, mit dem Gottfried, bin ich im Musikverein Aber sonst Ich kann mich bloß noch darüber erinnern, wie sich seinerzeit die Nachbarschaft das Mal zerrissen hat Dass er doch noch zum Heiraten gekommen ist Wieso das? Ja, wie er langsam auf die Vierzige zugegangen ist Und allweil noch ledig war Da haben sich die Nachbarn schon gefragt, wie es weitergehen soll Die Lohnerleute sitzen seit ein paar hundert Jahren auf dem Hof Das war tragisch, wenn sie den aufgeben müssten Aber was halt Frauen anlangt Habt der Gottfried sich so schwer da Der war extrem schüchtern Und wo hat das noch hergehabt, sein Schöhnjahr? Das muss gewesen sein Wie er mal ein paar Tage ins Krankenhaus hat müssen Die war da Pflegerin Die zwei sind gut miteinander ausgekommen Nö, ich hab nichts Gegenteiliges gehört Ich hab's ein paar Mal beim Eikauf vertroffen, die Schöhnjahr War eine freundliche Frau Manchmal ist mir ein bisschen melancholisch vorgekommen Die wird halt Heimweh gehabt haben Und mit der Altbayerin dürfte sie es nicht leicht gehabt haben Ist da was dran, dass die Frau fremdgegangen ist? Das kann ich nicht glauben, nein Aber wir können schon reinschauen in die Leute Damit das gleich einmal klargestellt ist Ich bin am Abend davor um sechs aus der Arbeit Hab noch bei meiner Mutter vorbeigeschaut Bin dann heim und hab mit meiner Frau gegessen Noch ein bisschen ferngeschaut Und bin dann ins Bett Am Tag drauf Bin ich früh raus Und hab den ganzen Vormittag Einen Geschäftstermin nach dem anderen gehabt Und was das Elektrische angeht Ich kann zwar eine Glühbirne wechseln Von allem anderen, aber lass ich die Finger Bloß für den Fall, dass da wer auf Ideen kommt, ja? Danach hat zwar noch keiner gefragt Haltet sie mich bitte schön nicht für beschränkt, ja? Aber dem entnehmen wir, dass sie davon überzeugt sind Dass es sich beim Tod ihrer Schwägerin Um keinen Arbeitsunfall gehandelt hat Unfall? Da ist ein Entlach Sie haben mehrmals öffentlich behauptet Dass ihre Schwägerin, die Schenja Lohner Ein außereheliches Verhältnis mit einem Auswärtigen gehabt hat Wie kommen sie da drauf? Dass die Mats dem Gottfried auf der Nasen rumtanzt Hab ich mir schon von Anfang an gedacht Und wie dann neulich Ganz frech Ein Russ in Bruck auftaucht Da haben bei mir sofort sämtliche Alarmglocken gelegt Und dann haben sie eine Schlägerei vom Zaun gebrochen Man hat sie informiert? Macht man gelegentlich Ja Aber ich bin nicht gleich auf ihn los Erst einmal bin ich ja unauffällig nach der Mats der Sie reden von der Verstorbenen, ja? Von wem sonst? Also, ich fahr ja nach In Oedingdamm Steigt's aus und geht in Bahnhofswirtschaft Und was seh ich Wie ich durchs Fenster reinschaue Die zwei Sie Und ihr Gspusi Den Russ Haben sie wohl gar nicht mehr da warten können Dass mein Bruder Haben sie mitgekriegt, was die geredet haben? Mir hat gelangt, was ich gesehen hab Dass die zwei sie gekannt haben Und zwar gut War eh klar Und wie sie sich dann verabschiedet haben Umarmung Busserl links Busserl rechts Das ganze Programm Okay, die Spioniererei mag nicht Die feine Art von mir gewesen sein Aber hättet ihr vielleicht geholfen rauszufinden Dass die noten Wenn sie sich bei ihrer Ausdrucksweise Ein bisschen einbremsen könnten Wäre ihnen keiner böse Herr Lohner Bitteschön, keine Vorträge über Pietäter Das Weib Hat nix anders im Sinn gehabt Als wie meinen eigenen Bruder Aufs Kreuz zu legen Sie und der Ivan Wollten sich Haus und Hof Unterm Nagel reißen Und das Wo der Gottfried Eh grad gesundheitlich zum Kämpfen hat Da können sie halt nicht durch Das singst du Du, Ruri Die mit der Klarinetten War die nicht neulich Auch auf dem Lohnerhof? Die Hede Ja Leute, jetzt steht sie halt nicht so an Da, Umleitung Hier Spichler, Kripo Eding Grüß Gott Wie ist die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft? Ich soll zurückrufen Ah, ja Grüß Ihnen Ja, es geht um Dem Betrieb vom Herrn Lohner bei Bruggam In hat mir eine Kollegin gesagt Hab schon gehört von dem Unfall Katastrophe Ich kann's einfach nicht glauben Der Betrieb ist von uns Im vorgeschriebenen Tunus überprüft worden Zuletzt erst vor gut zwei Monaten Uns geht's um die Elektroinstallation Ja gut Das war beim Lohner Ein bisschen eine Schwachstelle Ich kann mich erinnern Dass ich da einmal ein Professorium Beanstanden hab müssen Eine Sicherung ist überbrückt worden Die Arbeit war zwar so weit solid ausgeführt Und hätte keine direkte Unfallgefahr bedeutet Aber ich hab dann doch darauf bestehen müssen Dass die Anlage umgehend modernisiert wird So eine Überbrückung Ist das eigentlich was Kompliziertes? Woher? Ein kleiner Handgriff mit dem Schraubenzieher Also jeder auf dem Lohnerhof wäre dazu im Stand? Schon Der Bauer sowieso Auch seine Frau Die braucht ihm dabei bloß einmal über die Schulter geschaut haben Und die Altbairin? Die kann sich überall helfen Wissen Sie Beim Lohner Das sind noch Leute vom alten Schlag Da repariert man sich sein Zeug noch selber schon Deswegen Weil man es sich gar nicht leisten kann Dafür sein Geld zum Fenster rauszuschmeißen Man muss halt bloß aufpassen Oder? Ja, aber Da hab ich bei den Lohner Leuten nie Bedenken gehabt Da gibt's keine Schlamperien Also Mir ist die Geschichte ein Rätsel Echt Aber Nochmal Den Vorwurf Dass wir von der Berufsgenossenschaft Da nicht ordentlich kontrolliert hätten Das muss ich ganz energisch Ja, ja Dankeschön erst einmal Wiederhören Was machen wir? Auf zum Lohnerhof Packen wir's Super war's Teddy Ich hab gar nicht gewusst Dass du in der Stadtkabern mitspielst Du bist doch früher mehr so auf Jazzrad gestanden Ist ja auch schon eine Zeit lang her Dass wir miteinander auf die Realschule gegangen sind Rudi Habt ihr euch noch einen Auftritt? Nein Ich muss ja gleich weiter Zur Arbeit Beim Lohner Schlimm, was passiert ist? Eine Katastrophe, Miss Hast du die Frau gut gekannt? Ach, freilich Und dass ausgereiht die Schenja erwischen muss Sie war doch die Einzige Die den Hof noch zusammengehalten hat Keines weiß, wie's da jetzt weitergehen soll Ist ja jetzt bloß noch die Alte da Der Bauer selber ist ja krank Was hat er denn? Krebs So, bis er anschaut Oder? Nix Ein gesünder klebt wie unser eins Nie gesoffen Und ein Backerl Tabak hat ihm ein halbes Jahr gereicht Aber vor ungefähr sechs Monaten ist er zum ersten Mal umgefallen Damals hab ich meinen ersten Einsatz bei ihm gehabt Der Doktor hat ihn auch so geschimpft Weil er nicht eher kennengeler ist Aber so sind sie halt, die Leute vom Land Die gehen erst zum Doktor, wenn sie schon gestorben sind Weiß dann, was Ernsteres sein könnte Ich kenn's Zwei, drei Monate gibt ihm der Doktor noch Und dann das jetzt mit der Schenja Ich fürchte, es macht ihn endgültig fertig Herrgott, die Schenja war fleißig Und blitzgescheit dazu Was wär das für eine Chance gewesen für den Lohnerhof? Und was wird jetzt? Die Alte allein wird's nimmer schaffen Der Bruder ist ein feller Stingel, hat null Interesse Und wird's wahrscheinlich eh verkaufen Die Geier warten ja schon Ist ein schöner Hof Ich versteh's allerweil noch nicht So was hat passieren können Ich hab doch selber oft an der Mäckmaschine gearbeitet Und hier hat's was gehabt Weder bei mir noch bei der alten Lohnerin Die hat noch mitgearbeitet Na freilich, du Die mit ihr ist immer siebzig Die werkt noch heute, wie er um eins wollt Das ist ein bisschen eine Harsche, he? Nein Ist halt eine andere Generation Man muss's nimmer wissen Dann geht's schon Oh, schon ab fünf Ich muss weiter Es gibt bloß noch ein paar Unklarheiten zum Unfallhergang Wir halten ja noch nicht lang auf Na gut Aber schickt's euch Ich muss zum Gottfried rauf Frau Lohner, nach allem was man hört Sind ihr Sohn und seine Frau gut miteinander rausgekommen Sie hatten halt einen Bandl gehabt Klingt jetzt ein bisschen, wie sag ich Distanziert Was meinst Was umkehrt denn jeder so? Unters Bett gelegt hab ich mich nicht bei die zwei Aber zu was ist die Fragerei gut Glaubt's, ist vielleicht, dass mein Gottfried Ja, sag einmal Spinses Beruhigen Sie einen Wir glauben erst einmal gar nichts Aber Tatsache ist, dass ihr Schwiegertochter an einem Stromschlag gestorben ist Was auf eine Manipulation an der Elektroinstallation zurückzuführen ist Lass mich doch mal in Frieden Keiner Verdächtigter in Burmlohnerin Als wenn ich nicht schon genug gekommen hätte Darum sagen Sie uns bloß noch Es scheint doch, dass euch ein Malchmaschinen manchmal Mucken gemacht hat Und dass man sich hin und da mit einem Provisorium geholfen hat Kann eins schließlich nicht stundenlang warten, bis da einmal ein Elektriker kommt Ist ja eine Qual für das Viech Wer hat diese Manipulationen jeweils vorgenommen? Meistens am Gottfried, sei es auch Frau Lohner, heißt meistens, dass auch ihr Schwiegertochter hin und wieder an die Elektrik gegangen ist Wenn der Bau einmal verhindert war, zum Beispiel Kann sein, ja Und Sie? Ich Als wenn mich schön ja in den Stall noch reinlassen hätte Aber was soll die Fragerei jetzt noch? Das macht es auch nicht mehr lebendig Und ich muss jetzt rauf Bloß noch eins, Frau Lohner Ihr anderer Sohn, der Bernhard Beschuldigt, ein auswärtiges Verhältnis mit ihrer Schwiegertochter gehabt zu haben War da was dran? Was meinen Sie? Man soll über einen Toten nimmer schlecht reden Aber? Na gut, wenn Sie es genau wissen wollen Ganz traut habe ich ihr nie War bloß ein allgemeiner Verdacht Ich kenn die Welt Mein Kollege meint, ob Sie Beweise dafür haben Haben Sie mal was beobachtet oder sind Sie mal bei einer Lüge erwischt? Was öfters einmal fuhrt? Weil wieder einmal Bei einer Freundin Der Gottfried Der brave Lapp hat sich abgenommen Gegen sein Schönjahr hätte ich was sagen dürfen Der wäre mir so böse gewesen Komm Gottfried, musst du doch was essen Ich Ich bring's nimmer rein Du, schau her, ist nimmer heiß Probier Ich hätte bloß den Strom Schwer richten lassen Ich bin schuld Schön, ja Du kannst doch nichts dafür Gottfried Das war ein Unglück Gehen Probier halt wenigstens Lass ihn mir Fang du schon mal mit dem Viechfotern an Er isst mir nichts mehr Sollst du in den Stall gehen? Wenn ich's richtig verstehe Hat die Installation beim Lohner Also doch einwandfrei funktioniert Jedenfalls hat's weder im Auf- noch im Unterputzbereich Irgendeine Korrosion gegeben Festgestellt haben wir lediglich Dass im Maschinenbereich selber vor einiger Zeit Eine neue Verkabelung gemacht worden ist Bei der ein Klemmschrauben ein wenig locker war Möglich, dass es ab einer bestimmten Frequenz Immer wieder mal einen Wackler gegeben hat Eine unsachgemäße Reparatur also? Naja, mir ist schon gröberer Pfusch untergekommen Aber vom Fachleid Was ist da mit Fingerabdrück? Die gibt's Aber die sind für den tödlichen Unfall nicht ursächlich Wenn, dann Hätt's da schon früher mal einen Toten geben müssen Die Sicherung selber war übrigens ebenfalls funktionstüchtig Einen Grund zum Überbrücken Hätt's eigentlich nicht gegeben So Wieso haben wir dann trotzdem ein Leuch? Das frage ich mich auch Also Wir haben keine Fingerabdrücke Weder am Sicherungskasten Nach einem Hauptschalter Richtig Nicht die Spur einer Spur? Richtig Und wenn gerade das die Spur ist? Alles was recht ist Aber geht's nur ein bisschen komplizierter? Wenn's vorerst keine weiteren Fragen gibt Däut ich mich jetzt verabschieden Ich muss noch ins Labor Okay? Alles klar Servus Servus Und was machen wir? Lass uns die Sache noch mal in Ruhe anschauen Variante A Ist ein Unfall Die Frau ist im Stress Weil die Melchmaschine ausgefallen ist Sie versucht die Sicherung zu überbrücken Vergisst aber den Strom vorher abzuschalten Bei B Fahrlässiger Tötung Hat sie ihn vorher abgestellt Aber jemand anders dreht versehentlich die Sicherung wieder rein Was insofern nicht abwegig wäre Weil der Hauptsicherungskast in einem anderen Raum ist Und C? Dass jemand mit Absicht gemacht hat Mord Mord Ja Wie im Lehrbuch Mama Jetzt hat ich doch gesagt, dass Das nicht drang den Zweifelsturm Jetzt hast du doch gemacht Sie hat sich doch nichts dreinreden lassen Weißt du, wie es mich allweil angefahren hat Wenn ich was gesagt habe Bin ich halt nicht mehr rein in den Stall Ja Weil du aber auch allweil Ein bisschen so harsch Weißt du, wie es Hab es doch bloß gut gemeint mit dir Nachdem wir die Geschichte jetzt von vorn und von hinten Und von unten und oben und umgekehrt angeschaut haben Ist eigentlich bloß sicher, dass es nicht sicher ist Also ich hab ja den Verdacht, dass wir uns mit unserer Mordhypothese verrennen Was haben wir denn schon in der Hand, außer der theoretischen Möglichkeit? Zum Beispiel, dass da allweil noch ein nicht ganz koschen Russ oder Ukrainer umeinander geistert Ich hab zwar bisher gemeint, dass ich bei der Kripo bin und nicht bei den Geisterjägern Kannst du mich mit deinen Sprüchen mal aus und weiß verschonen? Und lieber überlegen, ob der Bernhard Lohner nicht doch recht haben könnte mit seinem Verdacht Dass der Okuschenko was mit der Schönen Lohner gehabt hat und sich deswegen umgebracht hat Liebe und Logik, ein Kapitel für sich Mach schon sein, trotzdem Nimm es nicht rum, aber wir haben uns da in was verbissen Aber wenigstens ihre Telefonate, könnten wir uns doch mal vornehmen Mach mal Ich weiß genau, dass ich die Maschine... Du darfst dich mit aufregen, hat der Doktor gesagt Tauern denke ich noch, Mama Tauern tut allweil wieder... Du bist nicht schuld, Gottfried Ich weiß, dass es... Ein Unglück war es, Gottfried Es hat uns unser Herrgott geschickt Wir müssen es tragen Helf doch nichts Aha Mehrere Anrufe aus dem Ausland Erst Ukraine, dann Polen Danach durchgehend Bundesgebiet Bewegungsprofil nennt man sowas, oder? Und das letzte Telefonat, eine gute Woche vor ihrem Tod Stimmt Aber da? Da ist die Genia Lohner, die die Nummer von dem Okuschenko anruft Genau einen Tag, bevor es zu der Schlägerei zwischen ihm und dem Bernhard Lohner gekommen ist Könnte im Zusammenhang mit dem angeblichen Radevue im Oedinger Bahnhof stehen Könnte Was haben wir noch? Anrufe bei Arztpraxis, Berufsgenossenschaft Und da? Mehrere Verbindungen nach Brugg? Der Anschluss ist auf eine Ratschenko-Olja gemeldet Die Freundin vielleicht, von der die alte gesprochen hat Entschuldigt's Ratschenko sagt sie Sagt euch den Namen was Die Frau Ratschenko stammt aus der Ukraine Ist eigentlich studierte Übersetzerin Putzt aber bei uns im Altenheim Nachdem neulich auf die Schnelle kein Dolmetscher aufzumtreiben war Haben wir bei ihr angefragt Aha Und jetzt fällt mir auch noch ein Dass ich damals den Eindruck gehabt hab Dass die zwei sich irgendwie gekannt haben Der Russ und sie Die Adresse habt's? Ja, ja, sicher So, Kollegen Jetzt glaub ich, kann's fast auch noch interessant werden Was meinst? Hab's immer schon gesagt Ein internationales Komplott mitten im Bruggamin Russenmafia Rauschgift Mädchenhandel Ja, machen wir einen ganz anderen Verdacht, Kollege Lass raten Plutonium Plutonium-Schmuggel Oder gleich post-sowjetische Weltverschwörung Nein Dass du besser beim Kabarett aufgekommen warst Morgen Morgen, war was? Schützenfest ist vorbei Brug ist schon wieder im Dämmerschlaf Zwei Radler ohne Rücklicht Eine Rauschgift Eine Rauschkugel vorm Bugbeu Bronx pur heut, gell? Und zuletzt Party im Auwald Ja, inklusive Grundsatzdiskussion da drüber Dass die Polizei sich Dachelang für irgendwelche Vorsinnflutlichen Vereine Einspaller lässt Die mit Blasmusik und Böllerkrach Jedes Trommelfeld ruinieren Aber sofort schwer Bewerf nicht auf der Marne stehen Wenn im Auwald So ein Klampfentoni Country Roads anstimmt War hart, he? Na Haben wir gedacht So ist er halt, ne? Die hiesige Folklore Magnus, du holst jetzt sofort Dein Fränkisch in Schnabel Sonst werde ich doch noch Zum Rassisten Werdl Ist die Kripo eigentlich schon weg? Ermittlung ist noch Nicht abgeschlossen Sag mal, gibt's noch Einen Schluck Kaffee? Du musst ja neu aufsetzen Aber Rudi, was fragst? Weil ich mir überlegt hab Ob ich ihn sagen soll Was ich von der Baumgartner Hede gehört hab Wir haben über die Geschichte Beim Lohner geredet Und sie sagt Dass mir ein Bauern Dahingeht Und so wie ich das verstanden hab Muss die Diagnose Schon mehrere Monate klar sein Drum hat er sich schon ewig lang Nimmer bei der Musikprobe Singen lassen Dann ist wohl bald gar Mit dem Lohnerhof Wenn wenigstens Schöner noch leben tut Eben Was eben Und warum meinst du Dass das die Kripo interessieren Der Moment Polizeiinspektion Bruckham In Raab Ah, Senta Gut, geht schon Und du? Bist wieder auf dem Damm Bei uns so weit Das übliche Ja Okay, super Wir freuen uns, gell? Berichte aus Servus Kollegen Auch aus Luhansk Dort Wir hatten uns nicht gekannt Nur hier Wir haben uns kennengelernt Entschuldigung So schlimm Wir kennen ihn Ja Schon länger Wir müssen eher an bekannten Orten aufhalten Er wollte also Wir haben uns nicht mehr an bekannten Orten aufhalten Wir haben uns nicht mehr an bekannten Orten Wir haben uns nicht mehr an bekannten Orten Aber auch wenn sie nix davon weiß Was wollt von ihr Und sie nicht bloß mehrmals angerufen Sondern mindestens einmal getroffen hat Und das Kurz vor ihrem Tod Okay Du bist ein Sachbearbeiter Was bleibt uns demnach? Die Hoffnung, dass der Okuschenko noch nicht über die Grenze ist Fahndung Das war kein Unfall Ich muss der Polizei sagen, dass es kein Unfall war Du darfst dich nicht aufrehen, Gottfried Das muss man anders am Strom umeinander da haben Sagst du es ihnen, gell? Ja Kripo, Hirrspichler Richtig Ja, ich bearbeite den Fall Sehr gut Und wo? Ah, die polnischen Kollegen lernen sehr langsam Okay Dann bereite mir schon mal alles vor D'accord, merci Ciao Sie haben mich am Grat unterwischt Morgen Mittag ist er da Was machen wir dann mit der Beerdigung? Da wollen wir doch hingehen Das sollen die Brocker Kollegen machen Ich will ja eh so gern Kriminaler O Herr, gib ihr die ewige Ruhe Lasse sie ruhen in Frieden Amen Von wegen nichts miteinander gehabt Ja Aber sollte man nicht doch lieber Ein Dolmetscher Der kann deutsch Herr Okuschenko Ich glaube, das hat jetzt erst einmal keinen Zweck Wo ist denn der Gottfried? Der wird das nicht mehr da backen, meine ich Jetzt ist bloß noch die Altlohnerin da Die wird früher oder später verkaufen müssen Jetzt wartet der Bernhardt, der ist ja nicht danach Der? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Geht's bitte einmal auf die Seiten Sie ist einfach rumgefallen Puls ist da Gut Bitte helfen Sie mir, dass wir die Frau da rüber tragen Nimm du die Füße, Rudi Okay Vorsicht Gut Und rüber zur Bank Halten Sie mal Ihre Beine hoch Hören Sie auf, uns was vorzumachen, ja? Weder waren Sie als Tourist in Deutschland noch sind Sie ein Verwandter von der Schenialona Also In was für einer Beziehung sind Sie zu ihr gestanden? Mechtunfall Sie haben ein Verhältnis mit ihr gehabt, stimmt's? War Bruder Der Bruder hat ein Alibi Schlechtmann Sie ertöten Was für einen Beweis haben Sie denn da dafür? Brauchst du doch nicht fragen Okuschenko Warum haben Sie gelogen? Müll zu schön ist kein Grab So kommen wir nicht weiter Ich lasse jetzt einen Dolmetscher kommen, ok? Nein, Brüde Brauch nicht im Krankenhaus, nein Also gut, aber auf Ihre Verantwortung, gell? Sagen Sie, wäre es möglich, dass Sie sich heimfahren? Klar Ja, willst du einen Wagen, Rudi? Wo wohnen Sie denn, Frau Adresse? Aber Sie fix nur einmal, die zwei haben doch was miteinander gehabt Klar Aber wenn er uns kein Theater vorgespielt hat Fragt sich da nicht erst recht, was er für ein Motiv gehabt haben soll Schau rein in die Leute Oder zu einem Kopf von so einem Iwan Die zwei kommen aus der gleichen Gegend in der Ukraine Lass Sie ganz ordinär Schulden gehabt haben bei ihrem Aber Sie hat ihm einen Vogel gezeigt Danach hat es jetzt aber wirklich nicht ausgeschaut Ah, geh Ja, hier, Spiechler Sagts einmal, wo bleiben denn die Telefondaten? Das kann ja nicht ewig dauern Jetzt legen Sie einen erst einmal ein bisschen hin Danke Geht's? Geht Ist mein Herz nur schwer worden Da, legen Sie einen noch die Dicken drüber Ruhn Sie einer aus Dankeschön War so, liebe Frau Möchten Sie ein bisschen reden? Ja Du, Rudi, ich glaube, du kannst fahren Die Frau Rutschenko und ich, wir reden bloß noch ein bisschen miteinander, okay? Ich komme dann zu Hause über die Bometta Wenn Sie meinst Dürf doch nicht wahr sein Laut Telefondaten war der Rutschenko an dem Tag, an dem die Frau gestorben ist Schon lange in Frankfurt Aber nicht mein, sondern oder Was sagt er denn nix, der Hirsch, der Russische? Nein Was macht man? Was werden wir wohl machen? Er war nicht da Kapierst? Oh, ich muss mich Als Genia und Oleg Waren noch Junge Sie waren Liebespaar Oleg war Musiker Hat schön gesungen Genia hat Geliebtin Aber sie hatten dort nicht Arbeit Nicht Geld Und nicht Zukunft Waren Armwäschumacher Genia wollte Oleg soll gehen mit ihr Aber Oleg hat Ge Zögert Er hat gezögert Ja Weil er hat Geliebt Seine Familie und gute Freunde Und war in Genia sicher Habe ich sie getroffen einmal Bei Freunden aus Ukraine Und habe ihr gesagt Das Arbeit bei uns im Krankenhaus ist gut Nicht viel Geld Aber Zimmer Und nicht zu schwer Ist sie gekommen nach Brug Fünf Jahre ist hier Zuerst war für sie schwer Leute oft nicht freundlich Und Sprache nicht können Und viel einsam Und Heimweh Und Oleg will nicht schreiben Und böse Warum sie nicht zurückkommen zu ihm Dann Genia hat Kennengelernt Gottfried Im Krankenhaus Ist freundlich gewesen Ein guter Mann Und auch allein Wie Genia Hat ihr gesagt Dass er sie Dass er in ihr Dass er sich in sie verliebt hat Ja War gut und lieb zu Genia Gottfried Und hat Auch schöne Stimme Für Sinken gehabt Tschuldigung Tschuldigung Und Oleg war weg und böse Und hat nicht mehr geschrieben Lange Zeit So Sie hat Gesagt ja Komm Mach mal den Abschlussbericht Dann Deckel zu Und finit da Aber irgendwas Ist oberfaul an der Geschichte Ich spür's Ich schmeck's Du nicht? Doch Aber was nutzt's? Aber was nutzt's? Wir schaffen Zeiten Wir haben alle Tatbeteiligten durchleuchtet Haben wir die Telefonate Und damit auch klar gewesen sein muss Dass die Genia Lohner In absehbarer Zeit Die alleinige Besitzerin des Lohner Und ihn mit ihrem ukrainischen Gspusi weiterzuführen Oder ihn zu verkaufen Und sich mit dem Geld daheim Ein schönes Leben zu machen Mit dem Ergebnis Dass die Alte vom Lohnerhof Ausziehen hätte müssen Und sich praktisch auf der Straße gestanden wäre Gibt's schönere Aussichten Und schwächere Motive Aber Aber? Nix Ich überleg bloß grad Was wär eigentlich Wenn diese Genia Es tatsächlich Darauf angelegt hätte Am Anfang Alles war gut Obwohl Arbeit schwer und viel Und Genia Bissl Nicht schwach Aber Zierlich Zierlich Fein Ja Fein Und die Mutter von Gottfried Immer die alte Frau hat gesagt Genia arbeiten zu wenig Und geschimpfen Dass sie hat keine Ahnung Und schlampig Aber Gottfried Hat geholfen Zu ihr So klärt sie es ja an Ja Mit Gottfried Genia war glücklich Aber Ul Hat nicht vergessen können sie Und hat gefunden Was er hat falsch gemacht Was er So gewesen ist Dumm Und dass er Zu sicher war In ihrer Liebe Für ihn Hat verstanden Dass Liebe Nicht nur braucht Rosen Sondern auch Brot Hat er geändert Sein Leben Und sein Trinken Und sein Leichtsinn Und hat gefunden Gute Arbeit Und ein bisschen Geld hat Und auch schon Gekauft Klein Haus Für sich Und Genia Und Hat er geschrieben Einen Brief Zu Genia Vor ein paar Wochen Dass sie soll zurückkommen Nach Luhansk Oh weh Dann Genia Hat ihm geschrieben Das zu spät Weil sie einen anderen Keirat tot Nein Hat sie nicht geschrieben Einen Warum weiß ich nicht Weil Vielleicht Oleg Wäre verletzt Wenn andere Man wissen sie So wie vor Kämmer Ja Und dann ist passiert Oleg wollte Überraschen Und holen Genia zurück Hat gefunden Ihre Adresse Ist gekommen Nach Brug Haben sie sich Getroffen Im Bahnhof Ist ihr Herz Gebrochen Fast Weil früher Große Liebe war Aber hat gesagt ihm Dass sie jetzt vorbei Und dass sie liebt Gottfried Und er sie braucht Weil sie erkrankt geworden Hat er geweint Und sie auch Hat geweint Und Ach Ist er wieder Gefahren nach Luhansk Aber sie nicht sagen Bitte Versprechen Niemand Versprochen Okay weiter Das Motiv war da Ob jetzt eingebildet Oder nicht Bräuchte bloß Den oder die Täter Was hält man da im Katalog Jetzt wo der Okucchenko Draußen ist Den Bauern Weil man ihm erzählt hat Dass ihm seine Frau Fremd geht Der aber seit Wochen Nimmer aus dem Bett Kommt Die alte Bäuerin Die Angst hat Die Angst hat Die Angst hat Dass von Haus Und Hof Verjagt wird Die aber behauptet Von ihrer Schwiegertochter Schon vor Längerem Aus dem Stall Rausbissen Worden zu sein Und den Bernhard Lohner Der nebenbei Nach dem Tod Von seinem Bruder In der Erbfolge Wieder ganz vorn stehen wird Der aber auch Lebe hat Hab's extra nochmal überprüft Und wenn der Schwerkranke Doch noch so viel Kraft gehabt hat Sich aus dem Bett zu schleppen Und den Strom anzustellen Oder die alte Unseren Bären aufbunden hat Sie doch im Stall gewesen ist Gewahrt hat Bis die Schenia Lohner An den Strom geht Und unbemerkt Die Sicherung reindreht Und das Ganze Von den drei Lohnerleut Ausgedüftelt worden ist Damit der Hof Nicht in fremde Hände kommt Theoretisch doch möglich Oder? Aber auch wenn's so wäre Das Problem ist doch Dass wir für nix Einen Beweis haben Null Nothing Niente Drum Schluss jetzt Wir schreiben uns einen Abschlussbericht Dann gehen wir rüber Zu Mario Und schwimmen's runter Ich zahl Aber es ist was faul Keine Frage Sogar oberfaul Ich bin mir fast Hundertprozentig sicher Dass die alte Lohnerin Was damit zum tun hat Ich kenn den Schlag Herzensgut Fram Arbeiten bis zum Umfallen Aber gnadenlos Wenn's ums Sache geht Sag Ich mein Du und ich Wir sind doch nicht Erst seit gestern Bei der Kripo Liegen wir so Komplett daneben Nein Aber Was nützt uns Okay Es war ein Unfall Ich kann euch Nimmer viel Hoffnung machen Lohnerin Macht's euch gefasst Ja Ich hab ihm noch Schmerzmittel gegeben Dank dir Ich bin ja da Buh Ich bin ja da Was bist du auch nicht Dann werd ich mich jetzt verabschieden Ihr könnt mich jederzeit anrufen Geil Behüt euch Gott Lohnerin Vergeizt's gut Doktor Fiat Bist du auch nicht Geil Piñato Geil Willkommen Hast du uns das noch antun müssen Dass du uns zu einer Russen Uhr daherbringst Was ist mir anders geblieben Schlaf Schlaf Mütter ist ja da Schlaf Schlaf Schenja von Robert Hültner Mit Thomas Birnstiel, Christiane Blumhoff, Andreas Borcherding, Florian Fischer, Winfried Frey, Arthur Galeandin, Robert Giegenbach, Michael A. Grimm, Wowo Habdank, Beate Himmelsstoß, Brigitte Hobmeier, Jana Kalantai, Erjan Karadzeile, Florian Karlheim, Tom Kress, Markus Langer, Barbara Maria Messner, Stefanie Ramp, Susanne Schröder und Lukas Turtur. Ton und Technik, Josuel Tegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Dramaturgie Katharina Agathos. Komposition Zeitblum. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015 für den ARD-Radio-Tatort.